hallo hier ist wieder christian schermeyer parteiaporte beziehungs coach in hamburg berlin in der nähe von murnau ja wir haben heute mal wieder schönes thema richtung dreiecksbeziehung überraschung aber mit ein bisschen anderen touch und irgendwie scheint ja die dreiecksbeziehung einfach die urform der toxischen beziehung zu sein ich kann nichts gegen tun sind die mäßig kriege liebe dreiecks ja dreiecksbeziehungsbesitzer schreibt mir alle bearbeite das gerne genau hallo christian viel dank dafür deine ausschlussreichen videos und deine arbeit insgesamt die du uns findest auf liebe chip punkte eine ganzen wunderschönen kurse war auch die kurse guckt nicht nur die videos ich bin wahrscheinlich ein eher jüngerer zuschauer 22 und ja gerade meine ausbildung fertig geworden ja ich freue mich sehr deswegen habe ich doch extra mal ausgewählt weil junge zuschauer erst mal kommt mal eine andere perspektive rein obwohl toxische beziehungs toxische beziehungen aber ja kurz zu meinen beziehungs der grund ich habe vor circa zwei jahren meine letzte längere beziehung gehabt ich im nachhinein als teilweise toxisch bezeichnen würde meine freundin hatte fiese seiten an sich die ich gefühlt viel zu lange erduldet habe bis sie die beziehung beendet hat love bombing kritik abschuss kennen wir ja das super nice spiel was wir dabei spielen die beziehung begann sehr romantisch ja ob wir es lieb und emotional welche toxische beziehung hat je langweilig angefangen und war auch sehr schön aber es gab immer wieder fiese momente und in denen sie moment in sich schlecht nähe zu lassen konnte seit der beziehung habe ich zwar frauen kennengelernt aber keine gefühle für diese frauen entwickelt ja vielleicht hast du jetzt nach dieser erfahrung bis in die mauern oben sollte man mal gucken oder ich habe doch jemand kennengelernt doch leider ist sie vergeben ja da ich sage ja ich empfehle ja mittlerweile vielen verlustängstlern mal ihre eigene bindungsangst zu erforschen weil man guckt immer auf die anderen die bindungsängstlichen anderen aber warum suchen wir uns dann immer wieder leute aus die nicht verfügbar sind aber wenn ich auch den kick das drama genauso wie die andere seite vielleicht sogar finde ich sehr spannende frage die jeder für sich beantworten muss also ich habe da jetzt auch keine festgefügten antworten genau die neue und vergebene wir verstehen uns sehr gut lachen viel necken uns gegenseitig von namen einfach genuin spaß miteinander ja hang out have fun hook up ist immer das beste rezept für lustiges dating also ihr macht jetzt hang out have fun und du wünschst dir das hook up und ja wir schauen uns viel an es gibt leichten körperkontakt wir haben uns fünf bis sechs mal getroffen in einem lockeren setting ja die chance ja mit der emotionalen treue scheint sich sehr sehr locker zu nehmen oder was meint ihr klar kann man kumpel treffen aber 56 mal und dann dieses ganze treuer hier naja falls mit ihr zusammenkommen sollte es würde ich mich darauf einstellen dass du und auch wahrscheinlich genauso abgeschossen wir es wie ihr freund jetzt aber wie gesagt ich bin immer so ein bisschen der spielverderber hier so macht was ihr wollt ich wollte es noch mal so gesagt haben muss aber auch nicht immer so sein klar also sind uns aber doch körperlich ärgern kitzeln berühren ja hang out have fun hook up auch näher gekommen ich glaube nicht daran dass es für sie ganz normale freundschaft ist und glaube auch dass sie ihren freund nicht mehr so liebt ja jetzt die entscheidende frage liebt sie dich oder braucht sie einfach nur ein bisschen zusätzliche bestätigung weil sie ein mann einfach nicht reicht und am liebsten ja vielleicht sieht sie heute aus möchte am liebsten noch von drei vier fünf anderen bestätigungen haben bin jetzt mal wieder advokatus diaboli hier würde ich mir auch mal drüber nachdenken oder es ist wirklich zuneigung aber das musst du gucken so meine gefühle sind ziemlich stark und es fühlt sich sehr echt an deshalb habe ich es ihr gebeichtet hast du meinen dating kurs schon mal gemacht mein buch gelesen der liebescode da steht glaube ich nichts drin von beichten und sie gefragt was hast du denn das jetzt aber nicht gesagt dass du sie liebst oder so oder oder hast du gefühle für sie hast das würde ich nie machen also nicht bevor es eigentlich die dating losgeht hast deine karten schon komplett auf den tisch gelegt das ist ein spiel dating ne wo man so langsam seine karten aufdeckt und das sieht man zwar im film dass männer dann sagen ich muss dir was sagen ich habe mich verliebt in dich funktioniert erschreckend schlecht im alltag so will ich nicht sagen dass dadurch keine beziehung zustande kommen also aber wir gucken immer so ein bisschen aufs grobe ganze so und habe sie gefragt ob sie ihrer beziehung glücklich ist und ihren freund liebt sie hat lange rumgedruckt und keine konkrete antwort gegeben ja was soll sie da auch sagen jetzt ne und ich erwähne gerne wieder in diesem video ich weiß das hängt wahrscheinlich schon alles im hals raus scheiß auf worte also fakt ist sie ist mit ihm zusammen und ob sie jetzt sagt sie liebt ihn oder sie liebt ihn nicht ändert nichts daran dass sie mit ihm zusammen müssen nicht mit dir so ne aber sie hat gesagt dass sie natürlich liebt habe ich in dem moment nicht abgekauft sie hat angedeutet dass sie mit dem freundchen länger ein gespräch hinaus zögert was man hier sehen kann ist dass frauen das gleiche machen die männer schon mal rumflirten schon mal gucken was es da noch gibt nicht schluss machen vielleicht sogar ein bisschen future faking viel der sticks unterstellen hier aber weil sie die aufmerksamkeit genießt von dir und so andeuten dass sie sich vielleicht trennt ich glaube nicht dass sie sich so schnell trennen wird aber weiß es nicht vielleicht ist also klar seid auch ein bisschen jünger jetzt dann ist das manchmal noch ein bisschen nicht ganz so verkorkst irgendwie aber ja schauen wir mal kannst uns ja mal ein update schicken woraus ich schließe dass ich schon länger eine entscheidung hinauszögert naja schließt nicht so viel ich sage immer daten 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 nicht schließen nicht beichten nicht irgendwas annehmen sondern daten 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 das problem ist jetzt nur dass sie nicht single ist und da gibt es aus meiner sicht ich bin ja solange wenn ich alle in 5d sind da kann man ja noch mal oder oder was weiß ich mal eine ganz andere planung hat mich ja kein freund von dreiecken überraschender weise und wird mich in sowas auch nicht reinziehen lassen weil ich das für höchst toxisch halte und nicht umsonst sind es immer wieder fucking dreiecke immer immer wieder was für den fluch habe ich da war ich war ich ein dreieck im frühen leben ich weiß es nicht so würde ich sagen hey ich finde ich hot falls du mal nicht mehr vergeben sein solltest wirklich gern daten so und dann ist das thema fertig und wenn sie dann freundschaft mit ihr haben will würde ich sagen da wäre ich würde ich auch durchziehen würde ich sagen der freund habe ich keinen bock drauf wenn sie dann offensichtlich weiter mit ihr befreundet sein will und ich diesen necken und so weiter will was ich nicht trennen würde ich sagen gut dann beende ich jetzt die freundschaft weil ich will dich ja daten und falls ich falls ich es mal anders überlegst melde ich wieder so ich das händeln knallhart also also jetzt auch nicht gegen sie oder so sondern einfach zu sagen ja ich mich dreieck mache ich nicht mit und es ist super attraktive taffe position zu sagen hey das ist mir so wichtig gibt sogar unsere freundschaft auf dafür weil es ist einfach nicht ehrlich zu sagen wir haben eine normale freundschaft weil ich fühle es einfach nicht für was anderes so würde ich das handeln sonst kommst du in die friendzone womöglich oder in einen dreieck und dann steht irgendwann ihr typ vor der tür und was weiß ich so das gespräch hat gegeben dass wir beide auf abstand gehen sollten dass uns immer wieder zu den anspannungen kommt also man vermutet mal den flirtigen anspannungen tatsächlich habe ihre aussagen aber nicht abgekauft da sind wir nicht ehrlich wirken nach dem gespräch schaut es mich noch länger süß und lächelnd an da habe ich sie geküsst ein ganz kleiner kurs ein schmatzer ja gut ist eigentlich ich meine jetzt auf den mund weiß ich es nicht oder auf die wange dass wir noch mal ein riesen unterschied wenn sie sich hat küssen lassen das ist natürlich Interessant aber wie gesagt das kann sucht sie bestätigung oder sucht sie wirklich liebe das hat ja auch eine schöne bestätigung für sie kann sie nach hause ich weiß ich bin ich finde immer so negativ will es gar nicht so sein aber na ist nicht so gemeint aber kann sie jetzt nach hause gehen kann sagen auch mich hat ein typ geküsst und krass und haha und wahnsinn und der ist ganz verliebt in mich und macht unter umständen weiter mit ihrem freund so hast du ja schön bestätigung gegeben was aber nichts davon gekriegt also klar wenn das jetzt dazu führt dass sie sich jetzt morgen getrennt hat und will dich daten dann Risiko irgendwie aufgegangen würde ich sagen von meiner seite aus habe ich ehrlich aus dem herzen gehandelt ja glaube ich dir auch aber das herz also das herz und unser dopamin unsere eigene drogenanstalt die wir in uns haben das manchmal schwer auseinander zu halten weil du schreibst jetzt nämlich es war erst ein berauschendes das ist ja immer so dopamin und erleichterndes gefühl doch dann kam ein tag schon wieder schlechte gewissen natürlich wollte ich niemanden küssen der vergeben ist ja mein gott ich klar wir besprechen das ja immer aber echt mal ganz ehrlich shit happens was soll's aber ich hatte das gefühl dass ihr noch deutlicher zeigen zu wollen ja das ist aber schon wieder so pluspol denken ich muss ihr noch deutlicher das weiß sie doch dass sie auf die steht dafür musst du sie nicht küssen weil was ist ja schon gebeichtet so also das ist wieder dieses musst du dir ganz doll zeigen das sieht man ja auch immer wieder in film es funktioniert überraschung es funktioniert nicht so im echten leben es funktioniert nur ein film weil wenn du und der frau das ganz toll beweisen willst fällst du aus einer männlichen attraktivität raus polaritäten dann noch attraktivität und das für eine frau eher ein abtörner das senkt er dann attraktivität so außer ihr seid jetzt schon lange zusammen und auf dem fünften hochzeitstag ja weichtest du ihr dass du sie über alles liebst oder auch schon im ersten hochzeitstag oder also dann ist es natürlich angebracht aber das ist halt dating hier das sind ja drei verschiedene skill level freunde meine dating kurse werden das wissen es gibt das pick up also oder das kennenlernen skill es gibt das dating skills gibt das beziehung skill hier brauchst vor allen dingen pick up und dating skills man ganz abgesehen davon dass sie vergeben ist aber klar ich meine es ist natürlich nicht so eine art von vergeben wie vielleicht mit fünf kindern oder so das ist mir schon klar aber gut enjoy aber ich hatte das gefühl ihr ist ihnen noch deutlicher zeigen zu müssen und wollte sie auch noch mehr ins kalte wasser schubsen wo ist denn hier kaltes wasser nun habe ich angst wenn sie mit ihrem freund schluss macht ich mit schlechten gewissen leben muss also das verstehe ich jetzt nicht hast du diesen mut gehabt jetzt hast du deine karten aufgedeckt und wenn sie jetzt schluss macht ist doch geil dann kannst du dir auf den schulter klopfen und du kannst du sagen hey ich habe sie habe sie mir gekrallt irgendwie so und wäre sogar noch wenn es wirklich direkt schluss machen würde was ich nicht glaube was sie tut ehrlich gesagt aber wäre ja noch alles einigermaßen im rahmen dann gibt es jetzt irgendwie klar es ist ein warmer wechsel aber was soll es ist dann kein dreieck da wäre ja noch alles soweit okay ne einigermaßen also eigentlich relativ okay es ist ja natürlich immer alles nicht so Dating läuft fast nie optimal muss ja auch mit Kompromissen leben aber ja kann man machen ne oder unsere potenzielle Beziehung mit einem unangenehmen Beigeschmack starten könnte ach also ich habe auch schon mal so eine Beziehung gestartet weiß jetzt aber gerade nicht mehr zu welchem Zeitpunkt ich da wusste dass sie ein Freund hat ist auch schon ewig her aber sie hat sich dann sofort getrennt und wir waren dann zusammen und es hat sich total gut angefühlt ähm allerdings muss ich zugeben dass die die ich dir jetzt im Kopf habe mit der Loyalität auch nicht so genau genommen hat hätte man vielleicht doch drauf horchen können aber ja habe ich damals auch nicht gemacht und Gott ich bereue das jetzt auch nicht äh hat eine coole Zeit und ähm weiß nicht wenn sich jetzt trennt weiß ich nicht ist immer noch ja ich frage mich aber so ein bisschen ob du jetzt ob da deine Bindungsangst schon so ein bisschen reinkickt da würde ich mal gucken dass wenn sie dich jetzt einfach einmal ganz doll will ob du dann einen Rückzieher machst so das würde mich mal interessieren ähm so ist die Situation natürlich schwierig eine einfache Lösung gibt es nicht ja kann es schon noch geben Herz gegen Kopf das Herz sagt eindeutig ja das Bauchgefühl sagt ja doch das Gewissen hat sich nun gemeldet ich weiß nicht das Gewissen hätte ja noch ein echt Feuer rein weiß ich nicht also das ist immer weiß ich würde echt sagen zu dem Zeitpunkt wo ich das gemacht habe hat es sich richtig angefühlt da stehe ich dazu vielleicht sagst du jetzt 24 Stunden später hätte ich doch nicht machen sollen ja aber trotzdem respektier doch dass du ein Mensch bist dass du deine Entscheidungen aus dem Moment triffst und vielleicht nachher ja weiß ich nicht das hat sich für dich das hat sich für dich ehrlich angefühlt authentisch ja sie ist nicht schreiend weggerannt sie hätte keine runtergehauen und ja also was bringt das da jetzt in der Vergangenheit rumzuwühlen auch wenn es eine 24 Stunden Vergangenheit ist und steh dazu was du gemacht hast übernimm Verantwortung und guck jetzt einfach wie es weitergeht und hau ich dann natürlich rein welche Anteile es da an dir gibt die da jetzt rein spielen und wie das ganze ähm 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 dann wohl weiter geht und da kannst du wieder neue Entscheidungen treffen und kannst du ähm aber klar wenn sie jetzt weiter wieder mit dir schmusen will und bleibt in der Beziehung da wäre vielleicht schlechtes Gewissen ein guter Ratgeber so ne ähm weil dann weil wir wollen ja das Karma-Konto nicht unnötig füttern ne und dann wäre schlechtes Gewissen äh aber jetzt in der Rückschau bringt das glaube ich wirklich wenig das ist also das ist so diese Schuldgefühle ist auch so eine Funktion des Egos das dann ewig in der Vergangenheit hängt das ist wie immer ein neuer Kurs Jinsatz von Ego Angst und Narzissmus ähm also das das ist auch so eine Ego-Funktion sich dann selber runter zu machen das weiß ich nicht finde ich vor allen Dingen in diesem Fall wo ja nicht wirklich was passiert ist sie wird ja jetzt nicht vom Küssen plötzlich schwanger und äh von dem Schmatzer und es gibt wer weiß was für Konsequenzen aber ähm es ist natürlich immer so ein bisschen Spiel mit dem Feuer aber das lieben lieben Menschen natürlich manchmal auch so in so einem Setting also jetzt wollen wir es mal nicht überdramatisieren würde ich sagen aber kannst du es ja mal auf dem Laufenden halten kannst du ja mal ein Update schicken und vielleicht sehen wir uns heute auch bei der Lesung eine oder andere Zuschauer und Zuschauerin ähm heute um also nicht das läuft ja über meinen äh über einen anderen Weg nicht hier auf YouTube und so muss man sich für anmelden und ähm ja ich würde sagen ansonsten wir werden's bald wiedersehen D four i we the Untertitelung des ZDF, 2020